Logik Harry, der hat sieben Sätze gewonnen, der hat sieben gewonnen und vier Flos verloren. Der hat einen Satz mehr verloren, also ist der besser als der. Der hat aber einen Satz mehr verloren. Viel Spaß bei den Verlössungen, wo König der Feste gestioniert werden kann. Der hat sieben Sätze. Christian Haribot Das Nachwuchs-Talent beim Traum etwas halten Das Nachwuchs-Talent beim Traum Das Nachwuchs-Talent beim Traum Das Nachwuchs-Talent beim Traum Das Nachwuchs-Talent beim Traum